Tja, Menelak ist gestorben. Einfach so, mhm. Einfach so, der Guld hat ihm seine Klauen ins Herz gerammt, alter. Einfach so. Es steht da, als wäre er an Altersschwäche oder so gestorben, ey. Becher, Volks. Schnell. Das ist eine Sackgasse. Versuch einen anderen Weg. Ah, danke. Hier ist aber kein anderer Weg. Mann. Da ist er. Ich sehe ihn. Er wird nicht entkommen. Spring. Du kannst es schaffen. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Vielleicht hat das fiese Ding die Straße genommen. Wir haben keine Zeit. Wir müssen da durch. Da muss er durch. Vorsicht, diese Schipp. Du darfst jetzt nicht zögern. Nein. Verkackt. Alter, du brüllst mir jetzt schon echt auf die Nesse. Ja. Ent bummel. Okay, jetzt geht's. Das ist ein Schipp. Beine. Pass auf. Das ist ja wieder so logisch. Hier treffe ich keine einzige Waffe auf dem ganzen Weg, aber auf dem Hinweg zu der Frau hin. 50 Wachen. 50 Wachen. Aber hier geht's nicht eine Wache. Ja, lade doch mal das Spiel. Mann. Hm. Du wirst es nicht schaffen. Das kann nur nütz sein, dass ich keine Fahne habe. Ja, dieser Bildschirm ist so rot, weil ich jetzt so langsam den Geist aufgebe. Tot. Genau deswegen. Das Spiel ist schon nicht ohne. Das ist ja weg. Ja. Ja. Das ist ja weg. Ja. Das ist ja weg. Das ist kalt. Eissig cold, man. Eissig cold, man. Das sucht nicht zu viel vor. Oh. Oh. Das ist ja weg. Ich brauche Unterstützung. Wir haben Ärger. Ja. Dann. Hier ist ja schon wieder keine Fahne mehr. Das ist schab. Ja. Geh nach rechts. Ja. Ja. Das ist ja weg. Ja. Alter, ich hab den Nahkampf echt nicht mehr drauf, ne? Kacke. Kacke! Glocke, du! Kacke! Ich habe gehört, der Überfalle... Bleib sofort stehen, Bruder. Ist das hässlich? Geh nach rechts. Endlich, wir haben ihn. Geh nach links. Hast wohl geklappt. So. Alter. Scheiße. Tot. Ähm... Warum kommen so viele Wächter, Alter? Zehn Stück? Zwanzig Stück? Wollt ihr mich ärgern, oder was? Gibt es da nicht... Hä? Äh... So ein verdammter Ghul hat dich angesiedelt. Ich schwöre, das blöde Ding hat gedacht, ich werde es eine Lichte wahrzunehmen. Versuch nicht zu fliehen! Umzingelt ihn! Oh, das tut mir leid. Ops, tut mir leid. Ich wollte dich nicht so töten. Alter. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Ich krieg die gleichen Kollaps, Alter. Das gibt's doch nicht. Ich mach dich. Du wirst mich aber nicht in die Finger kriegen, das ist mein Vorteil. Das hat der Überfall, hat gut geklappt. Das war das so wichtig wie du! Keine weiteren Richter? Oh, so ist es! Nein! Gut, ähm... Wenn ich jetzt noch überleben darf, dann ist alles totti. Ach, nö. Bitte nicht. Toll. Sehr schön. Tot. Haha. Und ich weiß nicht, wo der herkam. Krass, 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 krass.